herzlich willkommen zur dritten aufnahme von bro in valhalla so starten wir mal das hier das war's auch schon wieder bis zum nächsten mal haut rein ja stimmt so wir sind ready fürs battle ich habe hier mein ninja schon und nicht gegen die sperr tosse so wir sind natürlich jetzt schon wieder ganz warm auf diese runde wir sind übrigens gelb ja habe ich gerade eben erst mitbekommen haben die alle jetzt eine waffe oder nein nein ja habe ich mir gerade auch so gedacht verpiesen hast du dich gerade selber rausgekickt ich bin da auch es kann so eine bombe vom weiten ich habe diese auf mich zukommen sehen da habe ich mich auch von ihr treffen nein jetzt habe ich keine waffe ist jetzt schlecht okay ich habe eine bombe nein warum muss ich immer der erste sein der getötet wird keine ahnung ich habe die waffe lasst mir die waffe ich kann nicht mehr abbrechen alter der typ ist übelst gut der den ninja spielt ich kann da gar nichts machen gegen den alles klar er trifft etwa jeden hit verpiss dich jetzt mal ich komme vorbei ich komme vorbei ich bin vorbei ich bin vorbei was was hat die denn da gerade gemacht da hat die waffe einfach auf mich geworfen nein ich bin gerade selber rausgerannt warum alter ich gucke immer auf die roten das ist mein problem ja endlich habe ich schwert er ohne spaß der bogen ist echt richtig beschissen viel cooler verpisst euch alter spaß gar käsig duld mehr ja die waren aber auch rot ist fuck und die ist ja viel schlechter gegen die du die ganze zeit kämpfen durfte ist der der ninja ist wirklich saukrass gut und sie ist halt für kacke irgendwie kämpft der total dumm ja deswegen nicht dass wir mit irgendwas hier in den game klarkommen oh 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 ninja ah der hammer so langsam yeah beste chancen beim nein 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 ich gewinn das ding noch wir gewinnen das ding noch nevermind so jetzt verpisse ich mich hier erst noch nein 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 bäaam junge was ist denn für geräusche naja ich muss das mit ganz vielen visuellen effekten unterstützen damit sie nein du verpiss dich ich bin nämlich schon sehr rot und ich habe nur noch ein leben und ich will wenigstens noch ein bis nein 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 auf wiedersehen es war sehr schön ja ja ich mach dir jetzt noch fertig gell hä sieht doch gut aus auf jeden fall ich springe einfach nur durch die gegend ja und immer mal deinen lanzen attack jawoll wow aber ich mit meinen sounds ne alles klar ja ich erschreck mich sehr gut ah es ist wirklich sehr spannend dir zu zu du bist aber auch schon etwas errötet im gesicht alter gut dass die steuerung in den spiel so beschissen ist ja 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 nicht so lecker mach ich nicht nach genau oh god jetzt bist du weg nein nein oi und das war es mit der dritten aufnahme und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es heißt bro in valhalla wir sehen uns beim nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020